Am 9. Mai wird in Nordrhein-Westfalen der Landtag gewählt. Damit entscheidet sich nicht nur, wie der Landtag in Nordrhein-Westfalen zusammengesetzt wird, sondern ein Stück weit, wer bezahlt die Krise in unserem Land. Sind es die Banken? Sind es die Spekulanten? Oder sind es die Rentnerinnen und Rentner? Sind es die Arbeitslosen? Sind es die Arbeitnehmer? Es geht nicht nur um die Frage der Bildungspolitik in Nordrhein-Westfalen. Es geht um die Frage, wird die Mehrheit im Bundesrat in einer Weise sich ändern, dass es nicht möglich ist, dass die gegenwärtige Regierung die Krisenlasten auf die Bevölkerung abwälzt. Wir wollen Mindestlöhne. Wir wollen eine vernünftige Rente für alle. Wir wollen vernünftige Versorgung der Menschen, die bei uns arbeitslos sind. Wir wollen eine Republik, in der es sich für alle vernünftig leben lässt. Auch für die Menschen in Nordrhein-Westfalen, aber auch darüber hinaus. Deshalb wählen Sie am 9. Mai die Linke. Die Linke macht Deutschland sozialer. Die Linke ist Garant, dass alle Menschen in unserem Lande eine vernünftige Zukunft haben.